Überfall! Hände auf! Keine Sperrenz hier! Hallo Polizei! Überfall auf die Volksbank, an der Farmstraße! Kommen Sie doch! Verdammt! Los, hinterher! Was wollen Sie ändern mit Ihrer Forderung nach Todesstrafe? Bei Ihnen in Polen machen Sie doch auch kürzen Prozess mit den Mördern. Oder? Ja. Hat Ihnen so ein Gefühl von Schuld? Sie? Warum Sie? Man kann nicht leben und nur hassen. Man muss einmal vergessen. Aber vorher, die Schuldigen müssen bestraft werden. Ich glaube nicht an die Gerechtigkeit. Sie? Ich weiß nicht. Aber die Schuldigen, die ich kenne, sollen nicht davon kommen. Das habe ich geschworen. Es ist eine nationale Würdelosigkeit, einen ausländischen Zeugen so zu befragen. Ich bitte, ich bitte drinnen im Boden. Guck mal, da drüben, das ist der. Wer? Der Mörder bestimmt. Was? Ja, komm. Na, ich will doch keine Ärger. Der Mörder. Der Mörder. Der Mörder. Der Mörder. Der Mörder. Der Mörder. Der Mörder.